Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen Marktadbait. Die Aktienmärkte stehen zunehmend unter Druck, während der Bitcoin und der Dollar wieder etwas an Boden gewinnen. Schauen wir mal auf die Charts, den Risiko in Weiß gibt es natürlich wie immer vorab. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten Sie sich bewusst sein. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlungen ausspreche. Wir legen direkt los, wir gehen rüber in die X-Station und wir fangen mit dem marktbreiten S&P 500 an, der nämlich aus der kurzfristigen Seitwärtsrange nach unten ausgebrochen ist und mittlerweile auf den tiefsten Stand seit fast vier Wochen gefallen ist. Das heißt, das Zwischenhoch bei 4.073 Punkten und das Tief bei 3.981 Punkten stehen jetzt klar im Fokus. Allerdings könnte auch eine positive Reaktion dazu führen, dass wir das jahreshoch testen. Konkrete Handelsideen dazu gibt es dann in meinem Video von heute Morgen. Den Link gibt es auch unten in der Beschreibung. Wir wollen aber auch nochmal auf andere Märkte schauen. Und zwar der Deutsche Leitindex hat ebenfalls einen gewissen Druck erfahren und da wurde eine kurzfristige Unterstützungsmarke unterschritten. Und das könnte eben den Weg eröffnen Richtung weiterer Unterstützungsmarken. 15.891 und 15.816 und dann werden eben die Abstände zu den nächsten Widerstandsbereichen doch deutlich größer. Euro-Dollar scheitert in dieser Woche erneut an der 1.10.33. Wichtiger Hochpunkt gewesen, Fehlausbruch vor zwei Wochen und mal schauen, ob sich die Bullen dann nochmal aufraffen können für einen weiteren Ausbruchsversuch. Kurzfristige Unterstützung gibt es aktuell bei 1.09.73. Viele Berührungspunkte, also Hochpunkt, Fehlausbruch, Verteidigung und jetzt ein erneutes Halten über diesem Niveau. Gold erholt sich, wird aber noch in der Range der Vorwoche gehandelt, Inside Bar, aber der wichtige Bereich hier bei 1.987 Dollar wird zurückerobert und das könnte eben die Chance sein, sich nochmals dem Jahressuch bei 2.048 Dollar anzunähern. WTI konnte in dieser Woche das Tief der Vorwoche verteidigen, allerdings überzeugt die Erholung, die darauf folgte, nicht wirklich und auch das Gap bei 75.71 wurde noch nicht geschlossen, während der Bitcoin sich wieder erholt, nachdem der wichtige Unterstützungsbereich bei 97.200 Dollar gehalten hat. In der Vorwoche gab es den Fehlausbruch, jetzt der zweite Fehlausbruch und jetzt eine schöne Erholung, allerdings gibt es auch hier im Bereich von knapp 29.000 Dollar stärkeren Widerstand und hier könnte sich jetzt eben entscheiden, ob der Markt weiteres Aufwärtspotenzial bekommt in Richtung 31.000 beziehungsweise dann auch Richtung 32.000 Dollar. Wie gesagt, konkretere Handelsideen dazu gibt es dann in meinem Video, Link wie immer unten in der Beschreibung. Viel Erfolg für heute und würde mich natürlich freuen, wenn Sie einen Daumen nach oben da lassen. Bis zum nächsten Mal.